5 Uhr morgen und ich bin ein bisschen krank, also klar, dass um 5 Uhr morgen kein Spaß. Wir machen eine Reise nach Ungarn, dann gehen wir durch Österreich, also zuerst sind wir in der Schweiz, dann gehen wir durch Österreich, dann durch Deutschland bis nach München, dann Österreich, Ungarn und dann zeige ich es hier, etwa 3 Uhr nachmittag oder 5 Uhr abends sind wir dort. Und dann sehen wir uns auf der Autobahn mit ein bisschen Musik. Jo Freunde, wir sind jetzt in Österreich. Ich habe einen langen Weg, 3 Stunden bis jetzt etwa, und wir gehen jetzt etwa in 15 Minuten schon in Deutschland, dann bin wir nach München und dann haben wir uns in Österreich, dann sind wir da, also etwa 3 Uhr oder 5 Uhr wie vorgesagt, und dann sehen wir uns in Österreich und in Deutschland, weiß doch nicht, wo wir noch anhalten. Ich weiß. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Wir sind hier in Österreich. Wir sind leider schon durch Deutschland. Vier Stunden Deutschland. Vier Stunden Österreich. Zwei Stunden Ungarn. Wir gehen jetzt essen. Es ist Mittagszeit. Nachher sind wir wieder auf der Autobahn. Dann sind wir uns... Also wir sind in der Nähe von Wien. Vielleicht halten wir in Wien an. Könnte ich doch noch etwas machen. München konnte ich nicht filmen. Doch ein bisschen habe ich gefilmt von München. Salzburg habe ich nicht gefilmt. Leider. Und jetzt... Jetzt gehen wir essen und nachdem wir auf die Autobahn. Und die nächste Halterstelle, wo ich dann rede, wird wahrscheinlich Budapest oder Wien. Also Leute, wir treffen uns wieder auf der Autobahn Österreichs oder Ungarn oder die Grenze. Ja, bis bald. Wir sind hier in Wien. Wir sind hier in Wien angekommen. Und jetzt haben wir in Wien. Also wir sind hier in Wien. Also wir sind hier in Wien. Ja, also wir treffen uns dann auf der Autobahn. In Ungarn, die Grenze zeige ich euch. Leute, meine Reise ist heute fast komplett. Wir sind in Ungarn angekommen. Ich habe es tatsächlich geschafft, hierher zu kommen. Durch Budapest und Dorak. Und ja, dann ist die Reise komplett. Dann kann man das Video abgeben und fertig. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Video. Hat lange gedauert, mein Arsch hat wehgetan. Ja, dann sind wir uns in Budapest wieder. Bis Budapest. Ja, jetzt kommen die Schüsse von diesem Video. Wir sind im Dorak. Wir haben es doch nicht nach Budapest geschafft. Es ist zu spät gewesen. Wir haben keinen Bock mehr gehabt in der Wachernacht. Ja, wenn dir das Video gut gefallen hat, like doch das. Abonniert meinen Kanal. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Wie nach 3, 2, 1, ciao. Wie nach 3, 2, 1, ciao. Wie nach 3, 2, 1, ciao.